da ne ui leider sitzt oh reingepackt in den Typen ja ich war grad auf die sozusagen die Zysten? wo denn? so blöd fragt ne ich bin grad in die Kölitten gehauen Stone Cold Stunner Stone Cold Stunner Stone Cold Stunner wo ist er denn gott? come on hab ich mir noch eine Pistole jetzt zu sagen jeez da kommt schon wieder welche gib dich zum porc das ist der porc da lösen wir genki cool sorge für vandalismus ok ok ojöjöjöjöjöjöjjöjöjöjöjöjöjöjöjöjöjöjöjjöjöj~~ neimm alles wirklich nehmen ne mach du nass Wir müssen noch die Punkte holen, sie sind halt rechts oben, links oben. Ja, ja. Passt schon. Alter, warum brenne ich ihn jetzt? Kannst doch einfach auf Laternen schießen, das bringt auch Punkte. Oder einfach auf ein Bullenauto. Ich hab gebrannt. Das ist der Arsch. Alter, was macht der? Alter, lass mal eine Rambo. Ich schieß gerade auf den, aber das passiert den gar nicht. Jetzt. Alter, was? Ey, das ist scheiße. Wuuuuck. Ich bin in France. Ich bin ein Mensch, ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Du bist wirklich zu meidisch? Ich bin ein Mensch. Dann kann ich mich zu beherrschieden. Ich bin der Architekt von deinem Realität. Ich bilde, was ich will. Ich zerstöre, was ich will. Und dein Bravado... ...means... ...NOTHING. ...NH-M-M-M-M-M. ...M-M-M-M-M-M-M-M. ...NH-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ...NH-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ...NH-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ...NH-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ...Fighting back is pointless, my friend. There's nowhere to run. ...You belong... ...To me. Jetzt geht's weiter zu schönen Dingen. Ich werde dich in deinem neuen Haus setzen. Probierst du wieder zu gehen, und ich werde dein glückliches Planeten zerstören. TTFL. Meine Freunde, alle von euch sind schuldig von den Kriegen gegen den Zin-Empire. Aber heute ist dein Glück. Heute, du bist ein Teil von einem neuen Programme der Arbeit. Ich versuche, dass du schuldig bist, und ich werde dich empfehlen, zu werden, von Simulation 31 zu sein. Du hast einen Grund, den Präsidenten des USA. Beyond das, der Welt ist dein, mit dir zu spielen. Du siehst, und ich werde dich nicht mehr verletzen. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Ich möchte sie verletzen. Ich will sie verletzen, nicht sterben. ... ... ... Du hast grad ziemlich ins Mikro gepustet. Alter! Was ist das für ein Zeug? Also sind wir jetzt sozusagen... Wenn ich irgend so eine Psycho will. Irgendwie Psycho mäßig. Irgendwie sind wir da, aber irgendwie auch nicht. Ich hab keine Pfandkuchen. Was aber auch. Hab ich auch mal Lust. Hat mir jetzt gefallen. So. Ich hab einfach mal Lust irgendwelche Leute... ...sindlos aufs Maul zu hauen. Ja. Ist dann kurz Stunner jetzt wo du sagst. Aber ist nur ein halber Stunner eigentlich. Hilf. Schlaue ein Auto. Der Anfang. Ich will aber nicht die Kracher. Haben die mich schon. Schlaue ein Auto. So. Ich hab ein Blade. Hub. Mein Hub. Was? Gleich auf das Hauptmenü? Was? Wie? Wo? Wer? Was? Wie? Wo? Was? Select. Achso. Select. Ach. Scheiße. Ist der komplett neu. Warte. Boah, Alter. Das Ding denkt er kann. Da sind wir hin. Okay. Ey. Ey. Der haut mich einfach. Na x ist jetzt driften. Ach das war ja vorher. auf. Ey. X ist einfach Handbremse. Weil Handbremse wäre ja x. 500. Ich stand aber driften dran. Ach scheiße das irgendein beim Frauen Texte zu lesen. Ja. Über GTA, ne? Kurve. Äh. Waggon. Leute. Egal. Du bist vor mir da ist klar. Weil ich noch ein bisschen. Ding. Ich nehm Abkürzung. Was? Ich hab kariertes Wasser. Äh. Ich hab kariertes Wasser. Dein Mist. Ich muss aber. Ist das normal? So rot kariert, ne? Doch. Mein Wasser ist kariert gewesen. Ohne Mist jetzt. Also ich muss sagen. Es sieht sogar schlechter aus als 3. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ey. Das ist ja. Äh. Anmaßkantenflimmern. Das war bei der 3 nicht zu schlimm. Alter. Da ist alles verschwommen. Das hat auch einen Haufen Glitches. Das Spiel ist. So wie ich das gelesen hab. Äh. Bist du sicher, dass die Schuhe zu kaufen ist? Ich weiß nicht. Du erinnerst, wie du für dich selbst schockt? Oder hat der Präsident dich zu gut gemacht? Na. Ich hatte kariertes Wasser. Das muss ich erstmal nachmachen. Absicht ist. Wiss ich nicht. Aber ich glaub nicht. Wo soll ich hin? Hier hin. Weg hier. Wie, wie hab ich denn Geld? Das einkaufen gehen. Warum? Das brauchen sich ja Waffen. Waffen kaufen. Ich muss. Ich muss mir ne Pistole kaufen. Ich werd gezwungen. Was denn? Goldet. Fenix schwarz. Gibt's hier auch noch Farben oder was? Geil. Für coole Kunden. Für coole Kunden. Probe ich mir. Ich hab mir jetzt ne Revolver gemacht. Leere Pistole. Wur. Wur. Ne geht nicht. Doch. Rot. Wur. 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 Wie soll ich denn einkaufen geh denken. Wur. Du sollst nur eine Waffe kaufen. Und einen Upgrade kaufen. Geh mal rein in den Laden. Ich soll einkaufen. Achso. Ich hab ne Waffen gekauft. weil du eine waffe kaufen sollst und einen upgraden dann sollst du den laden verlassen so und käse so die waffen wird alle besonderst du hast was soll ich informieren Du Arsch. Ja. Schießen hier? Warum schießen die auf uns? Schauen wir uns. So. Schauen wir uns. Ui, 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 ui. Da leuchtet was. Energie. Ach, der schießt ja immer noch. Du steckst mit ein und fährst alleine. Ich wissen. Ich bin hier. Ja, aber alles übernommen vom dritten. Gleich von Anfang an. Dieses Reinspringen ins Auto. Ja. Und diese Jumps. Wie wollen wir uns eigentlich so einen Spielverlauf machen? Wollen wir auch die komplette Stadt trotzdem übernehmen? Mit nebenbei? Oder wie machen wir's? Das ist mir eigentlich sowas eigentlich wurscht eigentlich. Na die wegen den Nebenmissions. Das überlasse ich dir. Was? 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 Beseitigen? Ah, oh Gott. Böde, hab mir einfach rausgeschmissen. Söndes. Geisel, ich hab ne Geisel. Jetzt nicht mehr. Ja. Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Am besten gehen wir? Ach, okay. Ach, okay. Ach, ich habe mich gemacht. Ich hab mich gemacht. Genau. Ich darf das die Strecke nach dem Wasser. Wir füßen das. Wir sind schon nicht mal. Die Strecke nach. Die Strecke nach der Strecke nach dem. Das ist wahrscheinlich auch nicht. Ich werde mich beim Sauf. Vielen Dank.